Und da geht's weiter mit Attentat. Äh, wir machen Laris. Da ist ein toller, cooler Gegner und, ähm, ja. Sag mir, wenn du soweit bist, weil ich kann dir ja nicht nachjoinen, weil dann bricht's ab und so weiter, bla 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 bla. Bist du soweit? Ähm. Ja, okay. Ja, bist du soweit? Ach, nee, Katz, ähm, Elion oder Laris? Nee, Laris. Nebenmission. Ja, komm, Nebenmission muss auch mal sein. Und ich geh jetzt ins Spiel rein. Ja, und hör dir mal an, was die Frau sagt, weil ich kann's ja nicht hören. Gut, okay, dann achte ich mal drauf, was die, was die Weiber zu sagen haben. Ja. Auch wenn sie eigentlich nichts zu sagen haben, aber... Bauernwitz kam nicht ins Spiel. Warte, bist du mir sofort reingejoint, oder? Nein. Ich seh deinen Ladebalken, lüg mich nicht an. Was lagerst du? Ich bin ich. Ich seh deinen Ladebalken. Jogi, ich bin hier immer noch bei Privat. Warte auf Gegner und schreib dir gerade, haha. Da steht, aber das ist dein Ladebalken, der lädt auch, aber... Okay, gut, ich sag dazu gar nichts. Ich sag dazu gar nichts. Ich kürze es mal ab, ne? Komm schon, beeil dich. Du kannst reinjoin, gell? Ist wirklich klar. So, Sitzung beitreten. Wir sind jetzt neue Gegner und so weiter. Ja, ich weiß. Das ist ja auch ne Nebenmission mit nem anderem Typie drauf. Das sah irgendwie so aus, als ob das so, keine Ahnung, Luftbläschen, ein Monster ist oder so. Nein, nein, nein. Er hatte einen Penis im Gesicht. Ich hab's genau gesehen. Wow. Und was hat jetzt die Frau gesagt? Wir sollen die Maschinen zerstören. Maschinen oder die Maschine? Maschine. Damit der Antrieb aufhört. Cool. Oh, aufzug. Alter, wieso geht das hier nicht? Oh, ich mach Abkürzung, ich schlaufe. Aufmerksamkeit. Hast du irgendwie Aufmerksamkeit-Defizite? Ach, das soll ein Spinn sein, okay. Was? Das hier. Ich komme. Da waren 14 Credits. Achso, ja, ja, das ist ein Spinn. Ey. Ne, ne. Alter, komm, nie im Leben. Komm wieder runter. Hol du den Aufzug. Alter, ich... Hol dich da jetzt runter. Oh ja. Scheiße, naja, egal. Kann ich das zerstören? Ne. Achso, wir müssen hier lang. Wow, was ist das denn für Viechern? Wow, sie sehen aber ganz schön vergriffiert aus. Ey, was lässt du dir denn zu mir kommen? Ja, tut mir leid. Wer hat Angst vor dem schwarzen Mann? Ich nicht. Ja, ich glaube, die sind jetzt tot. Das waren anscheinend, die wach waren. Ja. Da ist ja noch eins. 39? Wieso schreibt er gerade oben bei mir 39? 38? Achso, ich kann ja wieder dieses mit dem Gewehr machen, glaube ich. Wow, was bist du denn? Ultraheiler, willst du dich verarschen? What the f... Tja, da ist der dann mal so zweigeteilt worden von mir. Und das war der Ultraheiler. Geweck, 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 geweck. Ha, 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 ha. Aufgeteilt werden. Ich weiß nicht. 100 Erfahrungspunkte. Nein. So. Ich bin ein bisschen überfordert mit den Hunden, aber okay. Hoppala. Ja, ich habe es geschafft. Und du? Ja, du schaffst es natürlich auch. So. Äh, ich bezweifle, dass wir hier weiterkommen. Kaffe ich schon. Du musst an mich glauben. Glaub an mich. Nö, nicht wirklich. Ich habe es versucht. Ich glaube, wir müssen hier hoch. Und dann da hoch. Wenn man da hoch könnte. Das ist kein Job and Run. Wetten? Und ich bin runtergeschossen. Ich bin oben, ich bin oben. Ich glaube es ja nicht. Ich bin wirklich oben. Nein. Ja, kacke. Ich bin runtergefallen. Gibt es da nicht irgendwie eine Treppe oder so? Weil wir müssen nach oben. Das ist ja das Problem. Sag mal. Kann ich weiter hoch? Ja, danke. Ja, nein, 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 ja, ja, ich habe es geschafft, ich habe es geschafft. Ja, wir müssen nach oben. Ja, ich habe es geschafft. Ja, wir müssen nach oben. Ich bin auch oben. Ich bin auch oben. Ja, ja, okay, gut. Komm, komm, komm. Schau auf mich. Schau auf mich. Ich bin jetzt hier. Ja, 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 ich gehe mal weiter, ja. Egal, ich habe damit nichts zu tun. Warte, hier ist Rifle, man hat aber Kopf hoch. Brauchst du ja sowieso nicht, von daher. Doch, Rifle, wichtig. Rifle, das recht. Nee, habe ich nicht, oder was? Ich habe immer recht. Wow, was bist du denn jetzt? Giftiger. Giftiger. Junge, der verstrahlt Gift. Oh, deswegen kriege ich Schaden. Mach dich wohl nicht mal, mach dich wohl nicht mal. Geh weg, geh weg. Der hat auch einen Mod fallen gelassen. Hol mich, hol mich, hol mich. Da liegt der, da liegt er. Oh, der. Braston Mod. Toll. Nee, noch ein Rifle Mod. Oh, hast du ein Glück. Ich brauche gar kein Braston Mod. Ich frage mich, ob es dann hier auch jetzt einen gleichen Endgainer gibt. Zumindest wäre es cool. Oh, der Hund sah ganz schön freundlich aus. Besser mich angegriffen, man. Wie kannst du hier die Hunde bitte schön als freundlich bezahlen? Ich bin zwar apathisch hässlich, aber das bist du auch. Hahaha. Mann, bist du. Oh, wie soll ich denn noch? Könnte ich dich wiederbeheilen? Nee. Oh cool, 100 Erfahrungen. Hier unten liegt Erfahrung, falls du Interesse hast. Ach, nee, nee. Ich habe genug davon. Ich sollte mal mehr mit der Waffe machen. Ich habe gerade mal zwei von 30 und die restlichen habe ich alle mit dem Scanner ausgeschaltet. Iiii. 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 Was ist das denn? Heiler Nummero zwei. Level ab. Lol, mit einer Pistole? Ich habe gar nicht mit einer Pistole gekämpft. Alter, was geht mit dir? Hier, schon wieder ein Mod. Mini Mod. Ja, Mann. Wenn man Scanner hat. Wo denn? Wo denn? Wo liegt denn da ein Mod? Hier, da wo ich stehe. Oh, ich sehe ihn. Ich habe aber einen Kurax Mod bekommen. Was? Einen Urbart Mod? Kurax. Lol. Was ist das denn da? Iiii. Ist das jetzt hier die Flat oder was? Ich glaube, wir stehen in deren Toilette. Hm, lecker. Das ist das Hundeklo. Hm, das denke ich mir auch gerade so. Junge, hier ist ein Heiler. Der heilt die Viecher, deswegen. Oh, warte, ich muss nachher. Können wir sie nochmal erledigen? Das sind zwei von den Typen. Ich tue den Ultraheiler erledigen. Ich auch. Na, verdammt. Irgendwas tötet mich. Ja, der kippt der. Ist, glaube ich, der kippt der, oder? Lol. Alter, das ist ja mal hier mega schwer. Oh Gott. Ich habe immer das Gefühl, die bewegen sich. Ich habe immer das Gefühl, die bewegen sich. Oh. Ich habe immer das Gefühl, die bewegen sich. Was war denn das? Ich habe noch ein Loki-Mod. Ich habe noch ein Loki-Mod. Haha, ich habe Warframe-Mod. Das ist einfach einer. Schon wieder so ein giftiger. Au, au, au. Ich musste mich eben gerade... Oh Gott. Geh da weg, geh da weg, geh da weg. Und tot. Alter, die lassen mich aber auch hier nicht vorbei. Ich habe mal hier tierlich Probleme. Wo bist du? Ach, du bist da hinten. Was ist das Ekelige, was da alles rumschwirft? Keine Ahnung, wo war der Mod? Hier hinten, ja. Hä? War der Mod? Du hast doch gerade noch einen Mod gesagt. Nein, ja, ja, den hast du aber auch gerade genommen. Ah nein, nicht schon wieder so ein scheiß Ultra-Heiler. Jetzt geht es dir mal bei dem Spiel richtig zur Sache. Da kriegt der den, da kriegt der den. Ich glaube es ja nicht. Wir müssen hoch. Aber was ist denn dieser gelbe Punkt auf der Karte? Siehst du ihn nicht? Ist der drinnen? Lol, das ist hier die Maschine, aber Kopf hoch. Was? Das ist hier die Maschine. Wir müssen auf die Maschine schießen. Wo gehst du hin? Komm, ich komme. Okay, wir müssen draufballern. Genau. Okay. Okay. Achtung, Achtung. Giftiger Ultra-Heiler. Wieso giftiger? Was? Das ist kein giftiger Ultra-Heiler. Nee, giftiger Ultra. Ich sag krass. So, sie zwei im Einpack. Au! Au! Fuck! Bist du gleich tot oder? Nein, ich bin tot! Und zwar unsichtbar tot! Ja. Was? Was? Geh weg! Geh weg! Nein! Ich gehe auch wiederbeleben. Ja. Wie bin ich denn verrenkt, bitteschön? Der giftiger... Du darfst nicht so nah an den giftigen Typen rangehen. Der vergiftet dich sonst. Du verlierst dein Leben dadurch. Deswegen will er mich einst knudeln. Ach. Alter, was ist das denn? Ich habe schon das Archiv. Alter, hier kommen ja immer mehr. Aber wir müssen mal gucken, dass man mal hier rauskommt. Wir kommen hier nicht raus. Das ist ja mal hier Ultra. Das ist ja wie Ultra-Kack. Wir haben wahrscheinlich die Beatbox von denen zerstören. Das war wahrscheinlich ein Radio. Oh nein, nicht noch ein giftiger... Oh, nee. Alter, ich habe auch gleich keine Muni mehr. Du auch, gell? Geht. Aber irgendwann ist es auch vorbei mit der Muni. Was haben wir hier? Energie. Scharfschützen-Muni. Scheiße. Oh, ich bin vergiftet. Nein. Das gibt es doch nicht. Wir müssen... Du wirst überleben. Warte, warte, warte. Da unten ist noch Energie. Ich hol mir kurz die Energie, damit ich mir hier... So, Gewehrmunition habe ich jetzt auch mal plus 20. Wir müssen mal gucken, dass wir hier rauskommen. Junge, ich habe nur noch 56 Schuss und null Magazin. Okay, ich sammle mir auch mal wieder hier Muni ein. Gewehrmuni habe ich jetzt wieder 197, das ist aber auch gerade nicht viel. Hier oben liegt Gewehrmuni ohne Ende. Und ich habe wieder 100. Du hast gerade mal 100, Alter. Das ist richtig bitter. Ja, jetzt habe ich wieder 120. Hier oben liegt auch nicht schon endlich viel. Ich habe gesagt, hier oben liegt ein bisschen was. Ach so. Ja, komm. Müssen los. Ja, ach was. Ich bin schon längst weg. Komm. Wo bist du verhinscherschönt? Folg den Ausrufezeichen. Wieso bist du wieder zurückgegangen? Weil wir da hin müssen. Da ist das Ausrufezeichen. Folg dem Ausrufezeichen, dem gelben Ausrufezeichen auf der Karte. Ist schon klar. Ist schon klar, aber ich glaube dem manchmal nicht, weil er mich manchmal im Kreis checkt.